Na du? Na du kleiner Spazibär. Wo sind denn deine Wumis? Wir mal gucken nach den Wumis von dem Spazibär. Hier. Oh, den hat schon wieder ganz viel geerntet. Zack, 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 zack. Schmuckli wups. Tja, kannst du mal selber einen holen hier. Kannst du auch mal ein bisschen was tun. Guck hier. Komm mit, Emi. Ja, komm mit. Da ist ein Wummi für dich. Da unten. Da. Jawohl, Stins. Yummy, yummy. Und noch einer. Geht sie dir noch? Such mal. Schnell, 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 schnell. Jawohl. Yummy, yummy, yummy. Kannst du langsam wieder andere Sachen machen, ja? Die Frühlingssache wird weniger. Nicht umfallen. Ja, 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 ja. So. Guck, die sind da vorbei. Ne, nicht alle aus der Schüssel. Meine Schüssel. Na, komm mit. Ja, wirklich. Ja, klipp. Komm, jetzt komm. Magst du nicht mehr? Bist du satt? Einen satt irgendwie? Dann geh mal noch eine E-Mail schreiben. Wen möchtest du denn heute schreiben? Den hier wegverstecken, ja? Einen kleiner Süssiematz eingepackt. Sie war doch letztens schon fertig gebaut, deine Handhülle. Musst du nochmal nacharbeiten, ja? Outsie, ouchie. Outsie, ouchie, ouchie. Oh, guck mal. Sie sind hier in der Höhle. Guck, guck. Hallo, hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Herr M. Ja, ja, ja. Guten Tag. Du kleiner Drehkopf, hm? Dein Kopf sieht übrigens wieder sehr lustig aus, ja. Du hast wieder sehr viel geguckt. Noch mal reingehen. Möchtest du vielleicht ein Picknick in der Höhle machen? Guck mal, guck mal. Kein Picknick in der Höhle, ich würde ein bisschen putzen. So war besser. Kann ich dir halt mal kurz wieder selber haben? Guck mal, da kriegst du dich wieder. Ja, die ist so weg, nur so weg wo sie, nur mach dich mal hübsch, noch hübscher. Ja, da kriegst du dich wieder. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. revelation herein. Ja, ja, ja. irgendwie bald ist wieder Mauser dran dann seht ihr alle wieder sehr lustig aus Habt ihr wieder kurze Schwanzis. Pixi hat eh ein kurzes Schwanz. Mal gucken wie Pixi nach der Mauser aussieht, da wäre die kleine Maus, kleine Emmi Zappelwürfmaus